Welcher dieser DSDS-Kandidaten auf Platz 5 brachte die Fans nach dem Casting zum Ausrasten? Wer überzeugt die Jury und Zuschauer durch Anmut, Stimme, Charme und Sexappeal? Wie heißt nochmal der schräge Teilnehmer, der die vorletzte Staffel eigentlich hätte gewinnen müssen? Ja, also ich bin Dani Robert Hunsela. Ich bin 24 Jahre alt, komme aus Soerlingen. Also, man könnte sagen, ich singe gerne. Singen macht mich irgendwie fröhlich. Fröhlich? Fröhlich? Ich komme der aus dem Rheinland. Singen macht mich irgendwie fröhlich. Ja, man könnte sagen, ich singe gerne. Er kann es aber nicht. Und er weiß es auch, glaube ich. Lass mal weiterlaufen. Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Ich bin der Dani aus Soerlingen. Ich bin 24 Jahre alt. Man ist wirklich, als wenn man in einen fahrenden Bus reinlädt. Dann fangen wir mit Roberto Blanco an. Ja. Heute Nacht feiern wir, machen durch bis um vier. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann kommt das Glück von ganz allein. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. So gut wie wir uns heute verstehen. Oh, da stellen sich mir die nacken Haare auf. Das ist entwaffnend und genauso singt er auch. Entwaffnend schlecht. Aber der skurrile DSDS Dani ist vor allem eines. Entwaffnend ehrlich. Was machst du beruflich so? Ja, ich bin im Moment arbeitssuchend. Suchst du wirklich oder tust du nur so? Ja, okay, ich gebe zu. Ich tue nur so. Ups. Was würdest du denn geben machen? Das wird jetzt peinlich für mich. Noch peinlicher? Mein Berufswunsch ist ja eigentlich Nacktputzer in einer Piep-Show. Nacktputzer in einer Piep-Show? Das hat er nicht gesagt, oder? Das ist mein Berufswunsch. Nacktputzer in einer Piep-Show. Und ich habe es noch nicht mal so weit geschafft. Wie will der das denn schaffen? Na, Dieter? Wenn du nicht richtig aufpasst, dann ist das alles so schnell weg, wie das gekommen ist. Zack, dann ende ich als Nacktputzer. Putze in der Piep-Show oder du verhungerst in der Katze. Nacktputzer in einer Piep-Show? Weißt schon, also das ist schon 7 Tage die Woche Job, ne? Das ist 18 Stunden am Tag richtig ran, keine Pause, immer Druck. Das sagen Sie. Dann soll er doch das vielleicht auch machen, das ist doch viel schlauer. Vielleicht darf er dann auch bei der einen oder anderen Frau mal nackt putzen. Bei mir putzt eine nackte Frau. Ich bin mit denen. Das steigt mir eh nicht rein. Doch. Wenn er jetzt noch nackt wäre und ein Putzwischer hier irgendwie so ein Feudel schwingen würde. Wäre es natürlich noch besser. Das reicht nicht zum Superstar. Kann ich es nicht auch mit Ohne auf mein Haut versuchen? Ja, klar. I don't hide, there's no disguise. Also ich finde, er hat was von einem Fehlitag. Dani, Tinky, Winky, Lala und Po oder so. Jetzt habe ich den Text vergessen. Ist doch nicht so schlimm, Dani. Die Kumpels und auch die Schnecken in deiner Dorfdisco sind eh nicht wegen der Inhalte gekommen. Sondern ein bisschen Spaß muss sein wegen dir. Dann weiß Dani jetzt wenigstens, wie sich Dieter Bohlen beim DSDS-Casting gefühlt haben muss. Um das mal auf den Punkt zu bringen. Wenn du deine Stimme jetzt irgendwie zwischen zwei Mülltonnen stellst, ja, dann könnt ihr da ein schönes Familienfoto von machen. Es ist nix. Es ist absolut nix. Von vorne nix, hinten nix, in der Mitte nix, gar nix. Ja, Sie haben recht. Gott, schenk ihm Hirn. Okay, wenn ich recht habe, dann verstehen wir uns. Dreimal nein und schönen Tag noch. Also er ist ein fröhlicher Mensch und es macht Spaß, ihm zuzugucken. Ein bisschen Spaß muss sein und Spaß hat er beschert. Aber mehr auch nicht. Und was sagt der so Gescholtene dazu? Das weiß ich nicht nur, was ich sagen wollte. Macht nix. Ein bisschen Spaß muss sein. Uns fällt auch nix mehr ein. Dann ist die Welt von Sonnenschein. Es gibt so Kandidaten, die...